Die Bundestagsabgeordnete der Linken, Gökay Akbulut, hat sich gestern extrem lächerlich gemacht. Sie ist nämlich stolz darauf, dass sie kein eigenes Geld verdient, sondern vom Staat lebt. Und dazu kommt, dass sie nicht mal direkt gewählt wurde und trotzdem 10.000 Euro pro Monat verdient. Für mich ist das eine riesengroße Frechheit. Alle Details in diesem Video, los geht's! Dass die Politiker von der Linkspartei ein völlig perverses Verhältnis zum Thema Geld haben, das zeigen sie uns ja immer wieder. Am liebsten wollen sie, dass wir alle im Kommunismus leben, alle genauso viel oder genauso wenig verdienen. Und woher das Geld kommt, das können sie uns nie erklären. Aber letzte Woche, also diese Woche, hat es die Bundestagsabgeordnete Akbulut wirklich auf die Spitze getrieben. Gestern postete sie nämlich auf Twitter folgendes. Der CDU-Abgeordnete vom Wahlkreis nebenan, Bruch seit Schwetzingen, verdient sich ordentlich nebenbei was dazu. Ich habe keine Nebeneinkünfte. Choose your fighter. Gökay Akulut, Die Linke, Nebeneinkünfte 0 Euro. Olaf Gutting, CDU, Nebeneinkünfte 553.278 Euro. Tja, also das, meine lieben Zuschauer, war ein kompletter Schuss in das eigene Knie. Und wenn man sich mal die Kommentare unter dem Post anschaut, dann weiß man auch ganz genau warum. Jan Ulrich schreibt zum Beispiel, während Olaf Gutting im Zweifel sagen könnte, Ihr könnt mich mal, für den Mist wurde ich nicht gewählt, müssen Sie brav die Parteilinie halten, um nicht Ihr Einkommen zu verlieren. Maria sagte, wer nichts kann, bekommt halt nur Staatsgeld und bezieht nach Ausscheiden aus dem Bundestag vermutlich Bürgergeld. Rudolf Maria sagt, kein Mehrwert, keine Einkünfte. Auch hier gilt, der Markt regelt. Hinterheinz-Werck sagt, wenn man keinen Brotberuf hat, Frau Akbulat, dann kann es ja mal passieren. Kein Grund, sich zu schämen. Irgendeine NGO wird sich schon anstellen, nachdem sie aus dem Bundestag ausgeschieden sind. Und Klaus sagt, zum Glück ist der andere finanziell nicht von der Politik abhängig. Und ich kann mich den Kommentaren auf Twitter nur zu 100% anschließen, weil Akbulat zeigt mit ihrer Aussage ganz deutlich, dass sie selber nicht in der Lage ist, so viel Geld zu verdienen und jetzt auf die 10.000 Euro Monatsgehalt als Bundestagsabgeordnete angewiesen ist. Andere Leute, die einen normalen Job außerhalb der Politikerkarriere haben, wie zum Beispiel der Anwalt Gutting von der CDU, den redet sie dagegen komplett schlecht. Und das, meine lieben Zuschauer, ist einfach das große Problem, was wir in Deutschland haben. Wir haben viele Politiker im Bundestag, die keine Ausbildung haben, die kein Studium haben, die keinen Abschluss haben und trotzdem im Bundestag sind und ein Schweine Geld verdienen. Und wenn man gleichzeitig auch noch sieht, welchen Mist diese Politiker dann verzapfen und trotzdem so viel Geld bekommen, dann bekommt man gleich einen doppelten Brechreiz. Und ich behaupte ja nicht, dass Frau Akbulat nichts gelernt hat. Ich meine, sie hatte damals unter anderem Sozialwissenschaften studiert und hat halt später als Dozentin im Bereich der Migration gearbeitet. Aber anscheinend war sie immer irgendwie im sozialen Bereich unterwegs. Und wir alle wissen ja, dass gerade der soziale Bereich eine Branche ist, die in Deutschland mit am wenigsten bezahlt wird. Tja, aber 2017 kam dann die ganz große Stunde für Frau Akbulat. Sie durfte nämlich im Wahlkreis Mannheim eintreten, da der bisherige Linke, der diesen Wahlkreis vertreten hat, Michael Schlechte, nicht mehr angetreten ist. Und Frau Akbulat trat dann an und landete auf Platz 6. Vorher landeten noch fünf andere Politiker, von denen ich im Leben noch nie was gehört habe. Das heißt, die Wähler hatten Frau Akbulat eindeutig abgestraft. Kaum jemand wollte sie haben und deswegen hat sie auch kaum jemand gewählt. Und deswegen hat sie auch kein Direktmandat für den Bundestag bekommen. Tja, und was passiert mit Politikern, die zu schlecht sind, um ein Direktmandat zu bekommen? Richtig, sie bekommen eventuell einen Listenplatz ihrer Partei und kommen darüber in den Bundestag. Also über Umwege. Aber nur, wenn sie sich vorher brav an die Parteidoktrin gehalten haben und dem Parteivorstand immer brav genug in den Hintern gekrochen sind. Und genauso ist es bei Frau Akbulat auch passiert. Sie hat sich nämlich so beliebt in ihrer Partei gemacht, dass sie über einen Parteilistenplatz einen Platz im Bundestag bekommen hat und jetzt mindestens 10.000 Euro pro Monat verdient. Tja, und das dürfte mindestens fünfmal mehr sein als das, was sie vorher als Sozialdozentin verdient hat. Und genau das Gleiche ist 2021 bei ihr wieder passiert. Zur Bundestagswahl 2021 bekam Frau Akbulat sogar noch weniger Stimmen als 2017. Trotzdem ist sie über die Parteiliste wieder in den Bundestag gekommen. Und das, meine lieben Zuschauer, ist einfach das riesengroße Problem, was wir in Deutschland haben. Frau Akbulat verdient jetzt nämlich als Bundestagsabgeordnete mindestens fünfmal so viel wie in dem Beruf, den sie vorher hatte. Aber für ihren Job als Bundestagsabgeordnete ist sie komplett auf ihre Partei angewiesen. Wenn sie also nur einmal etwas Falsches sagt oder nicht das macht, was die Parteiführung von ihr verlangt, dann fliegt sie raus. Frau Akbulat ist also keine unabhängige Politikerin. Sie ist nicht ihrem Gewissen verpflichtet, sondern sie muss die Politik machen, die ihr die Partei vorschreibt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Olaf Gutin, den sie ja vorher in ihrem Twitter-Post gewähnt hat, der ist nämlich viermal in Folge via Direktmandat gewählt worden. Der Typ braucht also keine Liste. Der kann wirklich völlig frei und unabhängig die Politik machen, die er für richtig hält. Er unterliegt nur seinem Gewissen. Und wenn er etwas anderes macht als seine Partei, völlig egal, weil er wurde ja direkt gewählt. Und zweitens verdient dieser Olaf Gutin 553.000 Euro im Jahr nebenbei als Anwalt. Also rund 46.000 Euro im Monat. Und das ist eine ganze Stange Geld. Wenn der also aus dem Bundestag fliegt, dann verdient er zwar nicht mehr seine 10.000 Euro als Bundestagsabgeordnete, aber immer noch sein Geld als Anwalt. Und das ist eine ganze Menge. Davon kann er vortrefflich leben. Das heißt, er kann wirklich unabhängig Politik machen und ist nicht darauf angewiesen, sich auf irgendwelchen Listen hochzukriechen, bei irgendwelchen Parteivorständen einzuschleimen und immer nur das zu sagen, was die Parteiführung von ihm will. Tja, das heißt also, Einkünfte neben dem Beruf als Politiker sind nichts Schlechtes, sondern genau im Gegenteil. Es macht sie unabhängig und es macht sie frei. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wenn es nach mir geht, sollte man als Bundestagsabgeordneter gar nichts verdienen. Man sollte einen normalen Hauptjob machen, wo man sein Geld verdient und die Arbeit als Bundestagsabgeordneter sollte man ehrenamtlich nebenbei machen. Und von mir aus können die Bundestagsabgeordneten auch den Mindestlohn bekommen. Aber keine 10.000 Euro im Monat, wo sie danach darauf angewiesen sind, jedes Jahr neu gewählt zu werden, nur damit sie ihren hochdoktierten Posten nicht verlieren. Weil wohin das nämlich führt, das können wir auch par excellence, zum Beispiel bei der grünen Parteichefin Ricarda Lang sehen. Ricarda Lang hat ihr Studium abgebrochen. Sie hat keine Ausbildung und sie hat keine Berufserfahrung. Bei der Bundestagswahl 2021 kam sie nur auf Platz 5 für ihre Partei und bei der eigenen Partei steht sie sogar nur auf Platz 10 ihrer Landesliste. Also auch hier wieder. Kaum einer wollte diese Frau in dem Bundestag sehen, nicht mal ihre eigene Partei. Und trotzdem sitzt sie jetzt als 29-Jährige ohne Berufsabschluss und ohne Berufserfahrung im Bundestag, kassiert 10.000 Euro im Monat und bestimmt über das Leben von vielen Bürgern, die in ihrem Leben deutlich mehr geleistet haben als diese Frau. Tja, und das erklärt auch, warum Ricarda Lang so extrem stark die grüne Parteilinie vertritt. Weil, wenn sie nämlich nicht die grüne Öko-Diktatur vertreten würde, dann rutscht sie auf der grünen Landesliste ganz weit runter und fliegt dann aus dem Bundestag. Tja, und als ungelernte Person ohne Berufsabschluss und ohne Berufserfahrung wird sie nämlich niemand mehr einstellen und dann bekommt sie nur noch Bürgergeld. Und das ist schon ein großer Unterschied, ob du 10.000 Euro im Monat kassierst oder nur 500 Euro im Monat. Also, abschließend möchte ich sagen, dass ich unser aktuelles Wahlsystem diesbezüglich echt Mist finde. Die Gründe habe ich jetzt ja gerade an zwei Beispielen erklärt. Da man aber von heute auf morgen das ganze Wahlsystem nicht umkrempeln kann, habe ich folgenden Vorschlag. Mitglieder des Bundestages bekommen als Bezahlung nur noch den Mindestlohn und keinen einzigen Cent mehr. Keine Vergünstigungen, kein Personal und auch keine anderen Privilegien. Wer ein besseres Leben haben will, der soll gefälligst einer ordentlichen Arbeit neben der Politik nachgehen und für sein Einkommen hart arbeiten, so wie jeder andere Bürger auch.